so willkommen zu einer neuen folge auf meinem kanal rams ist der dicke eine neue folge pokémon go eine kleine infofolge jeder tag ist schon wieder anders du planst du ich da 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 dann machst du umplanung da 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 und jetzt planst du schon wieder um und denkst ja komm hau einfach 10 uhr schnell das raus dann ist es noch weg und macht doch wieder alles anders wir haben es jetzt schon zweimal erlebt zweimal waren die hisui starter endentwicklungen in den raids an einem raid day zweimal habe ich das übelst gefeiert ich mag diese raid days gerade jetzt wo ich mit dem habanero account der free to play unterwegs bin nur meinen täglichen pass immer raider ist sehr viel ruhe eingekehrt es ist kaum noch was los gefühlt im gegensatz zu früher wo du halt raid touren gemacht hast und hast dann 1000 euro rausgeballert also freue ich mich natürlich über jeden raid day den wir haben denn es gibt ja wie immer diese kostenlosen pässe dazu es gibt ein ticket wenn jemand das ticket wirbt und mir schenkt dann habe ich da 14 raids die ich an dem tag machen kann und meistens machen da auch noch ein paar leute dann mit lassen sich auch einladen sind vor ort dabei das macht spaß das ist einfach ein ganz anderes feeling der dritte hat noch gefehlt vor der großen sinotour hat noch der dritte starter der hisui silvaro gefehlt weil die ja bei der sinotour auch in den raids sind als dreier raids alle drei wir den hier aber noch nicht haben aber jetzt haben wir den und guckt euch doch auch mal dieses schöne bild an vor allem diese landschaft mit den bäumchen mit den sträuchern mit der wiese sieht so ein bisschen frostig aus so im morgengrauen die sonne geht gerade auf muss sich vorstellen da liegt jetzt der ramses im schlafsack da liegt der natururin im schlafsack da kommt der flatti hinten aus dem wald gelaufen und sagt moin moin ich bin's wieder euer flatti also so stelle ich mir das vor so muss das aussehen leider geht es um pokémon und nicht um draußen mit dem schlafsack übernachten und deswegen gucken wir jetzt mal ganz kurz hier rein ihr kennt ja wie es ist für euch nur wichtig datum also sonntag der 11 februar war ja schon angekündigt dass da ein pokémon event ist oder ein pokémon tag jetzt wissen wir das ist der raid day mit hisui silvaro 11 februar 14 bis 17 uhr unser plan wird wieder sein ein stream zu machen ab 14 uhr die sechs kostenlosen pässe im stream zu verbraten dann den stream beenden und die ticket pässe die acht zusätzlichen falls ich das ticket bekommen in der raid gruppe zu posten und noch mal acht raid so zu machen die ihr nicht seht damit dann ein ausbeute video gemacht wird noch an dem tag und man zeigt was man insgesamt also in den 14 raids gekriegt hat wie viele scheinlich sind dabei ist ein hunderter dabei haben wir xxl haben wir sonst was und was ist das beste also sind auch wieder raids der stufe 3 das heißt jeder kann da rum rennen und das machen das wird gefühlt für jeden auch solo möglich sein wenn nicht ihr mit einem freund ihr mit einer freundin oder ihr mit zwei handys müsste das locker packen da gibt es auch keinen stress fünf kostenlose raid pässe zusätzlich also sechs an dem tag erhöhte shiny chance auf die sui silvaro ist dann wieder häufiger in den raids also ihr wisst dass jede stunde der dann auftaucht an derselben arena dreimal können eine arena dreisel waro raids machen immer zur vollen stunde kommen die dann neu das fan raid limit wird auf 20 erhöht wer das braucht und eben dieses event ticket was man wieder erwerben kann wieder für fünf us dollar damit man acht zusätzliche pässe kriegt 50 prozent mehr ep für raid kämpfe doppelt so viel staub für raid kämpfe und eine erhöhte chance auf xl sonder bonbons für raid kämpfe ich hab bock ich freue mich drauf ich feiere jeden raid day sage ich immer wieder dazu wie sieht es bei euch aus habt ihr bock wie findet ihr das pokémon ist das nützlich ich finde es hässlich ich werde wahrscheinlich dann wieder alle verschicken aber spaß haben an dem tag und werdet ihr euch das ticket kaufen schreibt es mal in die kommentare ich habe bei anderen raid days gesehen manche leute haben 40 raids gemacht kann ich nicht nachvollziehen selbst damals mit dem main account habe ich vielleicht ja zehn raids gemacht obwohl es nur fünf pässe insgesamt gab auch kein raid ticket oder so weil man so lange gebraucht hat um das shiny zu kriegen und mit einem shiny war dann eben feierabend so außer es waren jetzt vögel drin die vögel am anfang da hat man dann die drei stunden durchgezogen aber das ist ja wieder anders jetzt andere zeit deswegen schreibt mir rein was in eure pläne für den silvaro raid day das war es von meiner seite aus wir sehen uns um 15 uhr wieder bis dahin peace out vorhaut euer ramses